Eine gut gepflegte 3-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Obertshausen. Das Objekt wurde 1984 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Wohnfläche der Erdgeschoss-Wohnung liegt bei ca. 84 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Erdgeschoss-Wohnung beläuft sich auf 805 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Die Wohnfläche der Erdgeschoss-Wohnung. Die Wohnfläche der Erdgeschoss-Wohnung. die Waldfläche der Erd discharged für mich. Die Wohnfläche der Erdgeschoss-Wohnung. Buddy good. Die Wohnfläche der Schäuze.